Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu GTA Online mit dabei wieder ein ganzer Haufen da haben wir den Chris Play was wäre wo ich ja genau du den Gamax jo hallo Leute den Onkel den Agro dann haben wir noch den Skorpion hi den Noxie hi den Rewano und mich selbst genau ich bin auch dabei die waren die haben das ist das ist mein nein was denn Fallschirm Gewitter Rewano Rewano Check LP wird jetzt den Seiler auf wen von euch soll ich 10.000 Sätzen ich gewinne ich glaube nur noch nur einer wird ins Ziel kommen ich habe das noch nicht geschafft bis jetzt ich auch nicht ich habe immer Schmerz Richtigkeiten ich weiß immer nicht wie man mit dem Controller Halt zu bringen und was Fallschirm öffnen dann linke Maustaste Leertaste oder womit kann ich öffnen? Womit kann ich den Fallschirm öffnen? Leute Beut da steht da immer 3 2 1 go ne bei mir steht sofort 3 2 1 du wirst nie beenden was ich hier mache ich bin gerade im Ego-Shooter-Modus und mein Körper zappelt die ganze Zeit herum das ist ja wie mit dieser komischen Werbung drücken sie die beliebige Taste Alter ach so ich muss ja mal den Fallschirm Alter 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 nein ich bin dran vorbeigeflogen du Sack äh ich hab mich ungebracht äh ja ich hab dir keine Waffen freigegeben ich konzentriere mich mal darauf wenigstens ins Ziel gucken guck mal zu liebe Leute ich hab die Fallschirm zu spät gezogen da war ich schon fast unten kann es sein dass du hier nur ein einzige Match-Art verstehst und das ist Deathmatch ne ne wieso das mit dem Auto fahren hab ich da letztens auch geklappt weil irgendwie verreist du alles außer wenn es Deathmatch gibt dann äh hast du Spann du hast da auch sein verreist da auch er ist auch mein letzter was ich erwischt du Arsch ich nix Deutsch das sieht richtig cool aus wenn hier mehrere Fallschirm rumfliegen ja das sieht echt witzig aus vor allem ich weiß gar nicht welcher Platz ich bin äh das ist uninteressant das kommt auf die Pupzahl an wenn du die meiste Pupzahl hast warum hat der so kur- warum pupst du ja warum was hast du für Nitro das regnet du sooo dünn schluss oder was ey was für deine Tage das ist aber grün guck mal das Ding es ist ja rot ne hab ich gehört und dieses Landen ist immer das Schlimmste eigentlich ach Quatsch hier hat die Abwehrkanone dabei ja die Abwehrkanone Alter landet mal nein niemals wir werden niemals landen in den Container ich glaub ich überhole Papa Helm nicht mehr warum nicht? du musst doch auch nicht überholen ach da gehts nach Punkte und nicht nach Überholen genau es geht nicht nach Schnelligkeit er muss ja nur nicht landen wer hat auf mich gewettet? gehts nur nach Genauigkeit wer hat auf mich gewettet? ich hab auf äh Chris gewettet es gewinnig es gewinnig warum Agro hast du jedes kleine so ein Ding durchtrennt oder was? ja 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 verdammt bei Fallschirm springen kann ich mal gucken wer gewinnt so richtig schlecht wow wie schön der Gelände ich bin das erste mal im Ziel ich auch er hat ihn jetzt gewonnen ich hab's gesagt das war alles Absicht liebe Leute mit Absage vor allem mit Ansage Chris Play hat gewonnen jetzt geil Chris hat gewonnen wie hat er das denn gemacht? ich glaub der hat den Shiri bestochen der hat mehr Kreise gehabt als ihr ups wie soll ich nur einen Punkt nicht boah 30.000 verloren Papa Helm Papa Helm ich leide mit dir ja aber müsstest du da nicht eigentlich bei Wetten jetzt Plus haben du hast nicht auf mich gesetzt doch ich hab auf dich gesetzt das ist ja das geile genau Daumen nach unten ich hab ja auf viel Fall die Schiene gesetzt ich glaube er bekommt das Geld nicht du ich schließe mich dem Papa an Vater so was haben wir denn noch? boah alles Fallschirm aktualisieren ganz schnell ganz schnell aktualisieren ey wir können doch im freien Modus irgendwas machen ne? ja lass doch lass wieder ein Deathmatch was ist denn Rathaus LTS? keine Ahnung ich nehm's einfach wir kommen hier mal ein Renn schöne Aussichten wie wärs mit nem Autorennen aber er ist so früh ja jetzt können wir alles normalen wir leben ja noch 10 Stück und länger ich kann ja nix dafür man wenn 3 Stück ja ist es aber wenn 3 Stück wählen kann ich doch nix so immer machen wählen dann kommt das Chriskind mit der Rote und dann schlägt dich das Chriskind ah ok du bräuchter Feierabend das Chrisplaykind jetzt fangen wir die schlechten Wurz an das Chrisplaykind das Chrisplaykind fangen zum Onkel hat nen Helm auf wird aggro ok auf Noxi auf Noxi und Gabax hört's auf und du Noxi ist nen Gabag aus und nipp 300 Milligramm Gabax sind wir jetzt im Team oder alle gegen alle wieder? alle gegen Ribano wir sind im Team aber alle gegen alle alle gegen Ribano Leute ich hab auf jeden von euch gesetzt ja das ist aber nett von dir ach so irgendwie zu viel Geld kann das sein? ja mit Level 700 noch war's dann hat man bestimmt einige Heils ich hab ein bisschen Kleingeld oh haben wir jetzt so eine Pistole? bis in 50 Euro investieren oh jetzt werden wir Vervolverheld jetzt wird's krass ach Vervolverheld wilder Westen oder was? ach so es gibt doch Waffen zum Einsacken ach so zum Einsacken zum Einsacken zum Einsacken doch Gliedmaßen ei der schummelt er bummelt er bummelt mein Gegner war Agrokalp wer hat mich erschossen? oh von rechts schießt auch oh der schießt von rechts der rechts ist scheiße kommt mein Bummiboot nice der Gloxy hat mit dem Hedgehammer verpasst ja was er kommt ach Gott der Helm der so ein Revolver hält ach was natürlich wieder von da da liegt ich gern auch schlafen im Revolver warte 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 oh also da kann mit Revolver so gut umgehen da legt sich einfach hin und schläft Onkel du bist fast tot richtig das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen aber nur fast aber nur fast oh da schreit wer der brennt bären der Agrokalp warte wow weißer heute blauze da oben aua was schießen sie auf mich? oh lol oh ich treff einfach also Pistel ist ja auch nicht meine da muss man so kurz genau treffen da muss man so kurz genau treffen rein gezappelt wie geil ist das denn also ich bin nur dann Pistel gut wenn alle Pisteln Pistel gut das ist so logisch wenn einer Maschine EMG hat oder so dann ist man natürlich mit Pistel nicht so besonders besonders Pistel gut alles gut dann besonders besonders meine Mama hat immer gesagt ich bin besonders nein mein Kind du hast kein Wasserkopf nein meine Mama hat immer gesagt ich bin besonders gut im Weg Pistel gut raus kein Bild heute also mit der Pistole treff ich gerade gar nicht Mama Mama die Kinder sagen alle ich hab einen großen Kopf ach quatsch stell dir die Schuhe in die Garage und isst den Keks jetzt musst du doch mal was in meine Hand ich hab keine Position mehr ist klar wo hat denn die Pistole her ach yo ich hab da drauf gehalten alter ja trotzdem hast du guckt und nicht gedacht wo hat denn diese Schuhe ich wollte die erst angucken bevor ich die töte mein Kopf ist zerplatzt nein 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 mein erster Kill echt mein erster Kill mein erster Kill die fanden das geil mein erster Kill waaah scheiss der spawnt dick neben mir Dappend direkt neben dir ich war unten an der Straße also bei mir bist du direkt gespawnt oh alter halalala boah halalala 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 also diesmal werd ich nicht weit kommen hier mach der nix oh der stirbt oh der stirbt wie er beim umkippen doch versucht hat sich zu ziehen zu investieren ey es klappt wirklich Pistole ist absolut Pisse alter aber hörner dir knall deswegen heißt die ja auch Pistole alter ich hab die ganze Zeit drauf gedrückt und was kommt nix kommt keine Munition raus ey gar nix kommt Wahnsinn wenn du was rauskommt Mais kommt da raus ey ich hab mit dem Maisfall geschleudert aber ich hab das Spiel raus ich hab dich anders geschossen und du bist umgefallen und jetzt hast du das Spiel verlassen Aua was tun sie ich bin raus wie tut das denn ich hab trabaks aus dem Spiel geschossen Aua ich hab den Wachstum rausgehauen wie kann ich denn wieder rein ey was wie du bist du ganz raus da musstest du dich nachher noch rein ja keine Ahnung ich bin rausgeflogen keine Ahnung also ich bin ich bin hier in einer Null Stimmen ist klar das machst du auch ja da musst du dann warten bis ich wieder in die Freie gehen da musst du dich dann reinladen ach guck mal das aber auch das ist ja doof ey ruhig oh nein also was ist das denn für ne Map ey wo seid ihr denn ey immer wenn ich so vor der Strand um die Ecke rennt kommt da wieder so ein Stachelzaun ich will gar nicht da hoch lass mich da runter hallo lasst mich nicht allein Romano der rennt hier schon wieder sonst rum ja ja wo ist er denn ja wo ist er denn ich brauche mich ich will die ich will Noxy rennt vor der Strand in meinen Lauf rein geh weg geh weg ja mach ich bis nachladen oh Gott ich werde geschossen vom Döner Mann ach komm ey von hinten wach ey beim Döner Mann der ist die schöner Mann ah ich hab da auch geschlagen bei meiner wollte ich kreicheln ja komm wieso dürft ihr mich schlagen wenn ich höchtern oh jo 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 ja schießt hier oh alter pump action oder wie ich selbst ermordet sowas ja wie so ein Reh da rumspringen ja wie ein neugeborenes Reh oh nein wo kommst du denn jetzt her ja von zuhause komm ich her von weit aus dem Nordpol aus dem Loch aus dem Nordpol komm ich her aus dem Cooler aus dem Nordpol aus dem Nordpol extra kommt da einer nö da ist keiner und dann auch immer sehe ich nur noch der Lutz komm mal ab mit deinen scheiß Granaten boah AAAAAAAA 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 alter ach ey das ist nicht meine Runde ich hasse die Map AAAAAAAA 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 kleiner Drecksack Rennt doch mal in meine Miene rein, wofür setz ich die woher? Na, zum Verweilung. Ich renne an deine Mine vorbei. Und lasch mich hier nicht mehr rein. Wo seid ihr denn, hallo? Ja, ich weiß auch nicht, ihr rennt die ganze Zeit gegen Stacheldrahtzäunen hier. Ich treff den Helm nicht, das ganze verjerset doch. Der alte Cheetah. Geht doch mal jetzt kaputt. Ja! Ich werd schon wieder belümmelt, da hinten ist einer. So'n kleiner... So'n kleiner Quizplay. Ah, du Drecksack! Komm mal zu mir, ich werd euch belümmeln. Ich dachte, er wär schon tot. Grenaden sind totale Scheiße. Ich steck mich jetzt. Alter Schwede. Glauben's aber. Wow! Oh, ich bin... So ein... Ich werd dir doch mal schneller, du Scheiß-Grenade. Ja! Das kannst du vergessen, ey. Oh, wie geil war das denn? Er schießt... Ich renne um ihn herum, so weißt du auf dem Motto. Die Kugel ist natürlich schneller, als wie ich mich bewege. Ja, schon wieder. Ich muss nachladen, hör auf! Ich auch! Oh, nachladen, nein, 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 nein! Nachladen, nachladen, schneller! Oh! Da war die Rache. Hinten seh ich noch, wie der Papa über mein Kadaver läuft, weißt du? Kann man noch mal drüber treten, ist ja kein Problem. Dein Kadaver ist so viel wert wie mein Kaka. Oh! Ich wollte dir eine Kopfnuss geben! So und so! Oh Gott! Die Kopfnuss? Ey, guck! Da kommt ein Wagen auf mich zu! Jawoll! Was war das? Hallo? Wo seid ihr? Ja, Schrotflin, ich liebe dich! Oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin ein Kind von dir! Geh weg, du Drecksack! Geh weg! Meine Munition ist leer! Oh, das Endschuss hätt's gebraucht! Hihihi! Geh sie weg! Dieses eklige... Hihihi! Das letzte, was mein Volk wird! Mario! Mann! Ey, eigentlich hab ich den da abgemurkst! Mann, der hat mir mein Krieg geklaut! Dreckiger Sache! Kann mir das sein, ey! Ich glaub, wir sind alle Letzter, ey! Nö, eigentlich nicht! Hä, geht das? Geht das? Ja, komm! Das wohnt da rechts! Ah, Papa, ich komme! Papa, dein Leben ist vorbei! Zack, 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 zack! Ja! Alter, Schei! Ey, Alter, das war jetzt... Ich hätt nur noch... Ich war kurz vom Knopf! Wir zünden mal nur die Haftbombe! Mit dem letzten Lümmel, ey! Hab ich die nur einen reingedrückt dann! Mhm! Hab nämlich auch keine Munizie mehr gehabt! Och, komm! Wir zünden mal die Haftbombe! Ja, was wollen sie denn? Ah! Wer war das? Der Noxy wieder! Die alte Sau, ey! Ich darf nicht so nah an ihn ran! Warum kann ich denn hier die Scheiße nicht aufheben? Wie zünden die Haftbombe! Ey, warum kommen wir mit G? Au, da war ne Treppe! Warte mal! Eine Frage! Oh, wie geil war das denn? Ich glaub mit... Ich glaub mit... mit links oder rechts... Nein, das war mit G! Die Haftbombe ist ja, ey! Der hat doch Treppe! Der hat doch Treppe! Der hat doch Treppe! Ja und? Ah ja, stimmt! Geht weg?! Ne! Ich bin einfach nur einmal um die Contrainer... Die mich alle totschlägt, Alter! Mann! Also ich hab auf alle Fälle die meisten Nahkampf... Ey, ist das geil! Das ist die... Nein! Die Haftbombe, ey! Die Haftbombe ist echt... Erotisch, ey! Was macht ihr denn hier? Das ist ja Wahnsinn! Freulich strahlender Haftbombe! Ich hab B-bombe alles! Heute nicht! Äh, der hat... So... Ich hab... D-dehchen! D-deh-deh-deh-deh! Hie, bin dich da hoch! Bin doch gar nicht da hoch! Da hab ich doch auf Accro gewartet! Es steht immer einer höher als du! Ich kam von irgendwo... Ja uncle, was wollen Sie nur? Allein von Dam! form und fing dich... Das schöne ist... Mit more umm.. mit, 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 äh, scotten genug, das kann man sich schön selber, äh, im Level pushen, weil wenn man den Abknall kickt, war ordentlich Punkt, ne? Ja, das ist mein Problem, äh, langes Spiel heißt die automatisch gut sein, ne? NEIN! So. Rennen wir doch mal in die Schussbahn. Mann, ey, das ist ja Wahnsinn, ey. Die macht's mir aber auch nicht einfach. Rennt mal ein bisschen mehr in die Schussbahn. Na klar, bleibt stehen und am besten mal die Zielscheibe im Kopf drauf tragen. So, guck mal, da ist er. Das ist gut. Natürlich, guck. Guck mal, da ist er. Der Agro bleibt einfach stehen und so nach dem Motto, ich putze erst mal meine Nase vor, Alter. Äh, Helm, ich kam mir gerade vor wie wieder ein Typ bei, bei Planet Sight in deinem Best-of-Video. Hehehehe. Wenn du da verarscht hast, wo du dir hinterher gerannt bist. Ne, egal, ne? Ungefähr, ne? Ungefähr so kam ich mir gerade vor. Ich komm mir vor wie bei Ghostbust. Ne, automatisches Ziel. Oh Gott. Ich komm mir vor wie bei Ghostbust. Ich komm mir vor wie bei Ghostbust. Ich komm mir vor wie bei Ghostbust. Ah, wer hat eine Scheiße da, Mann? Okay, cool. Ich bin jetzt Crew Rang 705. Was? Was? Die Scheiße der Wehe. Was bist du? Was? Und ich hab'n Leben. Ne. Du spielst ja GTA. Naja, ich... Nein. Nein. Oh, ich treff' den einfach. Doch, nö. Hast du bloßes Kind weggeschossen? Hm, hm, hast mich nicht getroffen. Hast du noch eins? Ein Kind? Ach du Drecks. Ach du Drecks. Das ist wie viel Kind hast du? Wie viele Kinder? Was ist denn der Geschmerzteil von Kinder? Ist denn das? Kindskinder. Kindskinder. Skinhead. Ne, ähm. Nein, Kinhead. So, wo ist der Rest? Wie K-K-K-K-K-Kinhead? Was war denn? Gehste! Ja! Was? Wir reden nun abgehakt. Ich bin sowas von der Letzte. Ich sag's klar. Alp! Oh! Was ist hier los? We have time to dying. We have time to dying. Ey, wenn ich nicht der Letzte bin, dann bist du Erster. Wie warst du? Oh Gott. Oh nein, nein. Geh weg! Geh weg du Stück! Hab ich dich noch? Scheiße. Nein, ich hab dich, ich hab dich aber. Wie kein Lopsy kommt. Er holt mich schlagen. Und immerhin drücke ich. Und dann drückst du. Und dann siehst du nur, wie sein Kandaver wegfließt. Oh, komm. Ich bin fast tot und jetzt kommt der. Oh, komm bitte. Ra da 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 Alte Limmel Nee, ich schnudel doch so mit euch Da hilft nur eins Onkel Hinslich weg Uah, du drehst ihn drauf Oh Oh, diese Lache Gemeingefährliche Ey wie kann man denn das Wachaner mit dem Nahkampfschlag? Unscheiß, war das grad wirklich Double Edge Wir sind jetzt richtig rechts synchron aufeinander gekippt, das sah jetzt so lustig aus. Agro, der war geil oder? Agro? Ja, der war geil. Der war gut, ne? Ja. Mensch, immer kommt hier einer von Tiefen. Ja, Agro will mein Klammer. Genau so geht das Parahelm. Noxley, brauche nur noch einen. Boah, war wohl nichts. Ich bin Sechster, wie viele Leute sind wir? Sieben, acht, sieben. Ich hab den Helm noch bei den letzten Sekunden aus dem Leben gebämmt. Alter, wie vielen, oh scheiß, wie viele Nahkampfkills hab ich denn jetzt gemacht, ey? Alter, hab die schon mal gemacht. 23 oder sowas. Noxley? Ich war diesmal fünfter. Noxley? Geil. Ich hab, jetzt kommen's meine Wettschulden, Leute. Wie ihr schon gesagt, ich hab allein schon bestimmt 22 oder 23. So, Parth ist bestimmt die Zähne, oder? Ja, den Gabackst du noch einladen? Ja, der Parth ist fertig. Gabackst du noch mal einladen? Das ist schlecht. Einmal einladen, bitte? Einmal Tschüss sagen erst mal. Ja. Tschüss. Ihr seid Helden, ey, ohne Witz. Ohne Ende einfach mal ein Part. Ja, liebe Freunde, war auf jeden Fall wieder eine richtig geile, unterhaltsame Runde hier. Nicht zu viel, äh Sprengung. Ja, ja, wir machen's jetzt schnell. Ich grüß' alle, wünsch' euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Katze. Tschüss. Billionstag. Garst auch. Bis zum nächsten Mal. Los, drei, vier, v